mit dem ball am fuß richtung gegnerisches tor spielt er den ball in den strafraum sie liegen vorne und schauen sie sich diesen jubel an die fans legen sich in den armen die spieler legen sich in den armen so hatten sie sich das vorgestellt und hier nochmal die wiederholung des tores die flanke war lang unterwegs aber auch sehr gut reingebracht und da fällt der abschluss leicht klasse gemacht und wir dürfen uns dieses kopfballtoren noch mal in der wiederholung ansehen schöne reingegeben klasse verwertet das ist hier die erfolgsformel da ist die frau